sein also die Klinge wird dann bei mir schnell roter mit roter schöner Farbe warum brennt die Kiste nicht gut das Holz ist wahrscheinlich viel zu dick nein nicht dumm kippen, nicht dumm kippen nur ein bisschen siehst du wie es brennt so rein ist natürlich schon gut dabei what the warte jetzt muss ich mit der Hand halten du darfst den Rauch nicht einatmen sonst sterb ich ja sicher das Streich wird jetzt gerade ausgeflogen wir haben schon nichts besseres zu tun jetzt brennt dann glaube ich richtig aber es stinkt aber es stinkt du mal genau so oh die Kiste ist schon warm geworden du musst mal die Kiste berühren aus ja ja ich hab schon berührt eigentlich können wir das jetzt hinstellen auf einen Baumstamm sitzen und dann so so eine äh so eine Dingflöte nehmen wie heißen die Teile nochmal so eine Montharmonik kann die Hand nicht sagen du 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 so ne ich mag nicht die Instrumente ich mag nicht die Instrumente Instrumente sind langweilig nein Instrumente sind cool sonst wird das keine geile Musik geben ja aber ich meine ich die Kiste brennt wirklich die Kiste fällt dann zu brennen geile Sache du bist früh du bist früh nicht noch blasen siehst du er hat geblast die Kiste die Kiste die Kiste die Kiste hierher jetzt nicht 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 es gibt es eine Riesen-Fell es brennt nicht es brennt nicht Leute nein Claudio und ich rauchen nicht nein 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 auf keinen Alk oder sowas wer wer jetzt gerne gesehen hätte wie das Gachen gebrennt hätte kann jetzt in die Kommentare schreiben wieso Monia wieso hast du geblast wieso hast du so fest geblast nein ihr könnt jetzt Monia den Kontakt runter machen weil wenn er nicht geblast hätte geblast geblast ein Feuerbauch genug Loch um es zu brennen es ist doch logisch ich hab einfach ein bisschen ja du hast nicht geblasen du hast geblasen du hast geblasen wir wissen ja gar nicht ob es eben noch brennt es raucht so stark ich bin wahrscheinlich innen noch aber nicht außen aber nicht außen der Instrumente kommt dann vom Gacho von nach außen das ganze Scheiße ich hab ne Idee was such mal so ein fettes Holzteil ich will das Gachen so richtig das ganze Holz hier ist nass man es bringt nein ich will es kaputt machen draufhämmern oh brauchst du mal ok hier hier hat's ein gutes Teil mit diesem mit diesem fetten Brücken meine Jacke da ist noch so viel und davon scheiß drauf dann stemmen sie setzt richtig draufhämmern mach es kaputt das brennt das brennt das brennt das brennt innen drin warte mal die ganze Scheiße brennt innen drin noch das könnte noch mal das könnte noch mal hat die Kamera mal so genau so ich würde jetzt brennt innen noch innen brennt das Teil noch ich halt's gerade warte ja schön wow 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 warte das Holz hier ist kaputt guck warte schwule Schulleuten du Idiot hör auf vielleicht haben ein paar von denen kack wechseln hier noch Schule es gibt ein paar Juden es gibt ein paar Juden die haben bis zu fünf Schuhe oder so ach fuck warum brennt die kacke nicht also sie können wahrscheinlich hier hast du noch ein paar Zünder packe die scheiße richtig schlimm ab komm brennt ich hab ne Idee wir fehlen in wieviel Zeit nicht hin siehst du ich hab's noch mehr kaputt gemacht 8 ich spiel although is that poor we 혁 er 1976 ist aber dalla wir haben die macht des Ley und loops und gesessen füpfen zwischen zehn aber diesmal besucht jetzt ist es so gedreht ist uns als Feuer weg warte vielleicht ich glaub gar nicht denn immer noch immer noch öffentlich nein jetzt nicht nicht weißt du was scheiß morgen ja alles wegen dir ich hab's ja nur um dich ich hab gedacht wird besser abwärts für dich du hast gedacht aber es ist nicht geschehen also schäm dich alter um an jetzt noch mal dieses Wetterholz hält auf das die Zeitungspapier sind schon schwarze sind schon abgefasst nicht nur nicht hatten noch ein paar die etwas zu wenig luft drin immer sich das Holzteil und wirf es drauf das ist nicht wichtig es geht dir nicht ich warte mal ein bisschen wir sind komisch und und treten die Leichtbenscher ja 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 jetzt fängt sie dann ist es dann wieder warte jetzt kann man Blasen Blasen richtig Blasen noch fester Blasen ja Blasen fest du kannst nicht einer und die Scheiße ist total giftig oder so keine Ahnung giftig giftig ja jetzt werden wir beide sterben keine Videos boah fuck viel zu wenig Luft in dem Scheiße ich bin gekommen wir lassen denn Scheiße sie sind wie komisch ich bin die Scheiße so noch mal machst du ihn mal bis es endlich kaputt geht die ich will dass dieses Teil weißt du was kleiner haben nicht nah muss ich sein ich bin von den Prohrer und noch mal noch mal ein paar Mal genau auf die schwarze Stelle ich bin oder jemand der Länder das ist um eine Art sie sind man ich kann man draufwerfen ja mal richtig ich bin und ich bin ich nicht nur auf den Fuß gefahren Juhu Monia super 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 die Erwanderung kaputt kaputt aber er hat er das steht noch mal noch mal ein bisschen aber auch auf Städte Schrauben ich kann die Serie auf mit komm ich bin ich lerne da die richtigen hausten das guck das brennt schon fast hat schon fast angefangen zu bringen die komplette Schultz der Mann ganz spannend die Zolle die Luft ankommen wo ist dort hat sogar auch Zeitung in die nicht brannte. Warte mal. Versuch die Scheiße. Ah, das ist voll heiß, Mann. Die Kacke bin ich, warte. Blasen. Blasen, Blasen. Das Holz brennt, das Holz brennt. Oh, geil, Mann. Warte. Da, au, shit. Ah. Scheiße. Penis. Die Arsch. Wenn die Nachbarn kommen, sie sagen, warum bremmt die Kacke hier? Ist doch egal. Oh, zieht euch das an. Penner-Style immer geil. Oh, oh, yeah. Guck mal dort am Rand. Seht ihr das am Rand? Sieht doch geil aus. Boah. Warte. Also Luft kommt jetzt mittlerweile eigentlich genug. Burning a while. Soll ich doch mal... Jetzt werfen wir einen Stein rein. Hör auf mit dem... Ha! Leicht kaputt. Ha, ha, ha. Warte, ich werfen Stein rein. Ich werfen Stein rein. Ich werfen Stein rein. Ich werfen Stein rein. Oh, yeah. Leute, fragt euch nicht. Wir haben nichts Besseres zu tun. Die Zeitung ist in Gelb geworden. Hm. Ich will dafür verkaufen und ich hab keinen Bock, was mitzunehmen. Okay. Brenn. Wir machen dann die Vorstellung wieder schön, bereit für die nächsten Besucher. Für die nächste Familie, die wandern geht in diesen Mini-Wald. Yay. Das ist ein ziemlich kleiner Wald hier. Mini-Wald. Komm, lau. Feuer. 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 Wir haben das Feuer erfunden. Sind wir schlau? Nein. Leute, nochmal ein bisschen paar Informationen über unsere Videos. Nach fünf Minuten. Ja, ich hab's noch erwähnt in meinem Video, und zwar im ISEC. Ich werde versuchen, die Runs besser zu machen. Ich weiß, die letzten Runs waren ziemlich kackt, also die ersten zwei Runs waren total verschissen, weil die Audio-Quali beim zweiten einfach gar nicht ging. Die war super kackt. Aber ich konnte wirklich, irgendwie hatte mein Mikro wirklich falsche Einstellungen oder sowas, dann natürlich nicht schneller angefangen zu verpacken oder sowas. Und ja, ich werde versuchen, es zu bessern. Und hast du noch vier Minuten? Äh, nee. Nur, dass ich noch Black Mesa aufnehme, was euch das interessiert. Ähm, falls es doch nicht fehlt. Wir werden auch mal irgendwann noch neu ins Projekt starten, wenn die mit Halo fertig sind. Und ich gucke, je nachdem, um die ISEC. Also, Glaudio hat bis jetzt fünf Parts Happy Wheels gemacht. Ja, aber komm. Und eigentlich wollen wir warten, bis ich fünf Parts von ISEC aufnehme. Das werde ich dann auch noch machen. Fünf Parts von ISEC. Also, drei Runs kommen wir mindestens noch. Ja, dann lassen wir es. Dann lassen wir es. Wir haben beide eigentlich nicht so großen Problem. Nein, komm, wir machen fünf Runs. Fünf Runs. Ich mach fünf Runs fertig. Und dann können wir irgendwas anders tun. Und dann ist es fertig, meine ich. Also nicht noch ich. Ja, weil ISEC, ja, ich mach das Spiel irgendwie schon, aber es ist nicht so perfekt zum Aufnehmen, weil es dann ein bisschen länger dauert. Und da kommt noch meine Mutter, äh, dh, 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 dh. Und die ist so eine Kacke, und ja. Ich habe es zum Glück rausgeschnitten, aber meine Mutter kam ein Paar und hat mich richtig sterbe zusammengeschissen. Ja. Und ja. Hast du noch was zu sagen? Nein, ich glaube, das war es zu sagen. Noch einen schönen Tag, Leute. Schreibt uns, auf welche Projekte ihr Bock habt und was ihr sonst noch sehen wollt, was ihr irgendwas... Warte, ich will auch noch. Sterben! Sterben! Oh, ich hab noch's mehr. Oh, ich hab noch's mehr. Komm mal. Warte! Yeah, mach. Das letzte Holz mach ich. Das machst du noch. Und jetzt kommt Tatsen, yeah! Dam der Rampe, Rampe. Warte! Bam! Und ich will sagen, was... Okay, das war's, Leute, mit diesem ersten Vlog. Beim nächsten Vlog, den wir vielleicht machen werden, zeigen wir vielleicht wie mir... wie wir... wie wir... wir... jetzt hab ich's... wie wir Bubble Tea trinken gehen, wer weiß, vielleicht doch nicht. Schreibt uns was, wie Timmy wollt. Vielleicht könnt ihr auch mal über Mangas zu da nicht mehr sprechen, die ihr vielleicht gern habt oder so. Gucken wir mal. Ja, okay. Timmy Vorschläge sind eh immer gewünscht und Verbessungsvorschläge auch. Also, danke fürs Zusehen, Leute. Und bis zum nächsten Mal in einem Let's Play oder so, war keine Ahnung. Tschüss Leute! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Götzl 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 Erekt Götzl Götzl Untertitelung des ZDF, 2020